Oh Mann, wie sind wir hier nur reingeraten? Hier lang, folg mir. Wir wollten doch nur was für das Biologiereferat nachgucken. Und ich sag noch, lass nicht bei YouTube gucken. Tada! Krass, nur 10 Tage. Du willst doch ein ganzer Mann sein, oder? Warte, es reicht. Eine Stunde YouTube und kein bisschen weiter. Wir haben doch nur ein Clip über die Verdauung angeguckt. Hm, und jetzt? Oh, das ist doch interessant. 600.000 Aufrufe können nicht lügen. Aber warte. So sind wir hergekommen. Und mir reicht's jetzt. Alter, Höhlenmenschen, Außerirdische. Was für ein Zeitfresser. Und Bio für morgen fertig? Lass dich nicht verführen. Entscheide selbst.